Musik 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 An den dämlichen Arsch, der mich hier heute Mittag erschossen hat, das ist ein Experimental-Dupfurt. GTO-D-Spiel und so'n Scheiß, wir hassen dich. Das ist an dich gerichtet. Schön. GTO-D-Spiel. 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 Ich weiß, was er trifft. Untertitelung des ZDF, 2020 Der hat gesessen Untertitelung des ZDF, 2020 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 Soll ich das holen? Ja ich bring's dir Ja wir können ja weiter gucken oder nicht dass der Ander Was hat der für ne Waffe gehabt? Der hat noch ne SKS hier aber keine Muni Oh Der hat keine Muni deswegen hat mich verschissen Der Andere hat ja auch ne SKS gehabt Vor allem der fragt mich so Ja Du hast doch hier ne Mosin und ein blaues Shirt Ich so ja ja aber mein Kollege sieht genauso aus Ich hab zwei Säcke Ähm Mach mal hier hoch Hast du ähm Deine Waffe jetzt schmücken können ja cool Kannst du mir das auch kurz schneiden? Ja klar wir können Ähm Müsste irgendwo oben liegen Guck mal im Oder au Oder draußen Hier sind noch auf Handschellen Hier sind noch auf Handschellen Ja hier oben liegt das Hier oben Jetzt will ich noch Gras dazu machen Na ich auch Einfach Gras da drauf oder was? Ja hab ich gehört Ja hab ich gehört ja Ja aber du musst das ja irgendwie auch anvisieren können ne Ja warte Jetzt nehmen wir es in die Vielleicht ist das ne verarsche Aber so stand es Ich glaub du brauchst diese Mistkabel noch dazu Ich glaub du brauchst diese Mistkabel noch dazu Hier Hier Gras Geht? Hat er was Jetzt hat er was gemacht Ja Jetzt ist es glaub ich mit Mit Gras zusammen Ja Genau Wie musst du das machen? Einfach 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 aufs Gras Doppelklick äh mittlere Maustaste Hier hinterm Haus geht es Sollte ich vor keinem wegen nach dem bei mir Warte hinterm Haus? Wo hinterm Haus? Gegenüber der Straße Die Grünen Die Grünen Die Grünen Ja warte ich komm da rüber Hä krass alter Zeig mal Hier einfach Was muss ich denn machen? Die Moseln ablegen oder? Ja du musst dir nen Stock in die Hand nehmen Was fürn Stock? Ja aha diesen diesen Stoff Stofffetzen Den musst du in die Hand nehmen Ach so Ah jaja Add grass to the wrap Krass Tatsächlich Zeig mal die Schaut das jetzt aus So Komm mal her Bei dir auch Er zieh mal auf mich Ich mach mal ein Screenshot Test nach rechts Bitte Ah anders rechts Zu viel Zu viel Zu viel Warte 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 Ne das nicht Das ist nichts Das ist nichts Ja Krass Ja cool Achso Achso Hier komm mal her Essen Hm So warte Einmal muss ich ihn noch aufmachen Ja siehste hat sich schon gelohnt den abzuknallen Und nochmal Und nochmal Für zwei Dosen Fisch Ja Für zwei Dosen Fisch Ja Ja Und nach Hete Wir haben nechtern gesucht Nach diesen Scheißmetern Ey Jetzt ricken Lass mal irgendwo reingehen bitte komm Ja Lass mal hier in das grüne Haus rein Also langsam wollte man das ernst nehmen hier Hehehe Komm sie ist doch hier drinnen Ja jetzt Mal zu spät Oh das nimmt schon Sinn So dann Und dann Ich geh mal auf mein Zimmer Ja Ja Das trinken ist fantastisch Krass man Hast du diese 3D Brillen schon gesehen? Diese Oculus Rift Ein Kollege von mir Sein Bruder hat sich das gekauft Es ist halt nur ne Demo Aber Du sitzt auf dem Rechner Und hast echt mal Ängste Und dass du nicht runterfällst irgendwo Jaja Ja gut dann sollen wir weiter? Hm Warte ich muss noch mein Scope drauf machen Hier ist noch ne Brille an der Luft Nein nein Ich hab Linsensonne Hehehe Lass mal weiter nach Westen oder? Ja klar Oder sollen wir nach Süden Einfach gleich mal so straight down Wenn wir ein Messer hätten Wenn wir ein Messer hätten wäre das schon okay Ja ich hab ja eine Machete Damit können wir kein Fleisch machen Klar Sicher Damit geht das ja ja Müssen wir ne Kuh finden Oder so Oder so Oh Weg Ey jetzt geht das schon wieder los Die sind lecken Warte mal Mein Steam kackt grad wieder ab Ups Das ist ein komisches Haus hier Mit 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 Erde zum Ey du musst mich mal kurz schützen Ja ich Ich duck mich mal hier Mhm Wo ist denn? Nein Ich runter Ich runter Ich runter Du ich runter Ja ich müsste eigentlich zum Airfield müssen Munition besorgen Ich kann dir noch Munition geben ich glaube jetzt ja jetzt geht's wieder hier oben man soll ja bald links so die wollen ja auch dass man fast alle also alle türen aufmachen kann ja das war nicht schlecht aber erst nicht also macht diese komische bewegung recht immer noch wo ist der hirsch dahinten jetzt mal Luft holen jetzt schießen wir zusammen so lass mal auf drei schießen jetzt kommt das wow der wackelt ja heftig sag einfach bescheid jetzt höre ich dich nicht mehr jetzt komm mal zur seite warte 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 versteht jetzt so gut ok 1 2 3 ich habe durch die hecke geschossen wer hat getroffen ich weiß nicht ich denke wir beide so endlich fleisch äh hast du platz zwei stück ich habe glaube ich sogar streichelze dabei oder auch nicht weiß nicht streichelze habe ich nicht ich musste gerade bei dem typ abgelegt nein nein habe ich nicht nicht ich? keine er ist bestunden ok 4 stücke fleisch habe ich jetzt und sein fell was machen wir mit dem fell eigentlich? warte warte hast du rope? was heißt rope? seil mhm echt? ja leg mal hin aufm boden aufm boden he 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 wofür ist das fell gut? wo sitzt der stock jetzt? stock liegt unterm fell oh ich könnte sich doch irgendwie einen rucksack daraus machen aber he ne aus dem sack hier ah hier aber wie hast du denn das gemacht? warte warte ich wechsel den mal warte ist ja schön wie hast du das gemacht? ähm mit der machete noch da dran ah cool ach scheiße warte geht ja gut und ein seil brauchst du nicht? ähm ja irgendwie nicht warte guck mal den kann man auch nicht mehr vergrößern aber cool ne? sieht der aus mhm lass den einfach an ja guck mal die stecker noch mit die zwei äh die ein ja das kann man auseinander machen und jetzt habe ich zwei säcke und zwei stecker zwei säcke und zwei stecker ja ein seil habe ich auch noch hat dir das fleisch hast du auch noch mitgenommen? ne das habe ich nicht gesehen war ich noch fleisch oder war hier kein Weihilkeitsseil ne? das Hirsch gibt nur vier ne? ne ich mir den nachhälter machst du so schlecht ja sieht ja witzig aus ja das sag ja das das jetzt wird er wir les Untertitelung des ZDF, 2020